Guten Morgen an diesem Montagmorgen. Dies ist ein Produktvideo über meine neu genähte Sitzplatzdecke für unterwegs. Nie wieder Klamme oder nasse Hosen oder Kleidung. Morgens ist diese Bank immer sehr klamm, mindestens wenn es geregnet hat, ist sie auch nass. Und irgendwann kam ich auf die Idee, hier mal was dran zu ändern. Das habe ich gestern umgesetzt und das ist die Sitzplatzdecke. Passt hier wunderbar in diese Gürteltasche. Übrigens ein ganz tolles Teil. Hier vorne sind zwei Fächer für Belohnungen. In das größere kann man wunderbar mit der Hand schnell reingreifen, damit die Belohnung schnell da ist. Aber darum geht es nicht, geht um die Sitzplatzdecke. Wie gesagt, die passt hier wunderbar rein. Und schnell auseinander gefaltet, aufgelegt, fertig. Keine nassen Hintern mehr. Und die passt nachher auch super wieder hier rein. Sollte die mal nass oder schmutzig sein. Wir Hundehalter haben ja immer einen Kotbeutel da rein. Passt wunderbar zusammengefaltet in so einen Kotbeutel, der natürlich nicht benutzt ist. Und dann ist alles Tutti. Ja, viel Spaß. Ich setze mich jetzt mal. So, ich wups.